So, guten Morgen, willkommen zu wie, 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 äh, new game, bitte, new game, äh, ja, start new game, so, wir machen einen Speedrun, oder wir üben erst mal Speedrun, ich muss erst mal gucken, wo ich lang muss, aber ich vergesse das ja so gerne. Okay, noch kurz was geguckt, das erhöht natürlich schon mal die Zeit, aber, das ist eh noch kurz mal eine Übung, erst mal eine kurze Übung machen, ne, erst mal gucken, wo ich am besten, wo ich lang muss, ähm, so, guys, hm, so, jetzt muss ich es wieder lauter machen, wir wollen ja auch die Musik hören. So, gut, der Anfang ist easy, den kann ich, so, kann ich hier vielleicht schneller, hm, optimieren machen wir nachher. Wir gucken uns jetzt erst mal eine schöne Route raus, machen vielleicht mal ein, weniger Deathruns und so, kriegen schnell dieses Ding weg. Ja, ja, da unten ist Schiff und so, das ist auch das Schiff, oder? Ja, das ist das Schiff, glaube, ja, so müsste es sein, egal. Gucken mal. Und da läuft es schon. So, den müsste ich im Prinzip schneller machen, okay, das ist, ich habe schon Optimierungspotenzial, aber hey. Wenig Tod ist natürlich auch praktisch, weil man wird halt doch wieder zurückgesetzt. Man wird halt doch wieder zurückgesetzt. Deswegen möchten wir doch bitte nicht sterben. Sterben ist schon mal schlecht. Es ist hier nicht die Realität, wo sterben eine gute Sache ist. So, und ich habe das mal ohne Deaths geschafft. Geil. Habe ich nicht mehr geschafft, seitdem ich den D-Rank in Dings gemacht habe. Captain, so, Level Complete, okay. Ja, das ist noch recht vorwärts. Also, gerade lege ich nach vorne. Ja, ja, blablabla, 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 Mr. Fruitman, alles. Ja, ja. wir wollen das ganze weg drücken kann man es irgendwie schneller weg drücken andere taste vielleicht starten okay geht nicht geht nicht okay wo wir müssen also darum das ist ganz klar so und jetzt das glaube ich finde ich da lang gehe schon ort ich überlege wir möchten kein hundert prozent machen da geht es wieder nach oben geht es nach drüben nach unten ja gut dann machen wir erstmal ich solle mir notizen machen machen wir von das ist eine gute idee ist ja auch von mir ich habe gute ideen ok machen wir mal notizen wenn ich dann später weiß wo ich hin muss ungefähr gut ja sind wir definitiv richtig ja definitiv sind wir hier da komme ich wahrscheinlich nicht drüber so wir möchten natürlich nicht sterben sterben ist zeit und zeit ist böse so jackpot braucht kein mensch ja zack und schon tot vielleicht schaffe ich auch gleich noch den unter 50 tode dann wenn ich hier meinen speed ran mache vielleicht bin ich auch unfähig das bin ich sowieso das bin ich sowieso maximal maxim mein gott ich muss noch so viel üben muss auch weniger teleporter mitnehmen und nicht so lange hier bouncen ich glaube das im ersten mal schaffen ja dann verkacke ich natürlich drüben ok nein gott nein ich krieg es nicht ich bin speed ran profi ich habe schon mal privat irgendwann als ich jünger war auf amiga bank einen 2 auf leicht bis bietern weil mir langweilig war und ich habe irgendwas um die 130 minuten habe ich auf jeden Fall geschafft ich glaube ich meine mich an 24 erinnern zu erinnern kann natürlich auch falsch sein das ist natürlich noch kein weltrekord aber muss auch sagen der amiga 2000 wir hatten weil es auch nicht so schnell sind natürlich die ladezeit und auch höher und wollte ich zu viel und der ladezeit sind höher und und ich habe natürlich nicht nachkommen ladezeit sind natürlich höher und die geschwindigkeit üben und ja ich habe es auch darauf diskette gespielt weil ich festplatte von dem amiga halt auch recht klein war man nicht beliebig viele spiele installieren konnte das heißt also mit dem emulator ist das natürlich 20 mal so schnell als 20 mal so schnell wohl noch eine minute schritt naja 1, hallo naja du bist hier ganz toll so also blut bringen wir ihn zurück ich mache jetzt kein 100 prozent ne wenig wie die vizie möchte ich nicht mit 100 prozent machen wirklich nicht gibt aber sehr unschöne dinge so kurz gucken wie sieht das so aus audio technisch sieht auch ganz gut aus vielleicht ein bisschen laut noch aber wo wir waren jetzt hier unten dann müsste hier links was sein richtig ist das hier links weiß halt nicht ob es einfach nach links ist ne hier links ist nichts kann hier runde lande ich denn da bin ich denn ich bin hier drüben wo ist das denn das ist da weiß ich ob sie nicht schnelleren weg das ist komplett nutzlos da wollen wir nicht mehr hin okay da wollen wir nicht hin und da ist das mal richtig maximale unfähigkeit nein immer noch nicht wo muss ich denn da muss ich hin da kann ich auch nicht von rechts kommen oder ja hier sind wir schon mal richtig kann ich davon ich glaube ich muss da sondern nach links erstmal so ganz weit nach links runter ein stück und dann das klingt doch schon mal nach dem plan das mache ich da scheiße waren so wir wollen hier wollen wir da unten lang könnte vielleicht schneller sein was ist das vielleicht schneller könnte schneller sein wenn ich das schaffe ist wahrscheinlich schneller was ich habe ich glaube es ist schneller wenn ich so rum gehen direkt mal so ein paar optimierungen mitbringen dann müssen wir halt nur noch gif mir sehr gut immer denken so hier komme ich auf jeden fall schneller rum wenn ich das mag nehme ich an ja weil ich muss halt weder ja 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 das war schon mal nicht so gut das war auch ziemlich dumm ja das ist schon mal gut vielleicht weiter links landen weil dann weil der flug schneller geht als und da müsste ich dann vielleicht gleich rüber oder den telepater mit da habe ich auch keine fehler machen und auch nicht zu schnell sein was sonst sterbe ich und dann ist das natürlich auch zeitlich ganz ich bin doch wohl ganz nach links gegangen und abkürzen kann und direkt von der frage sollte man mal überdenken so mal kurz gucken ich kann einfach nach unten laufen habe ich hier meine definitiv ich muss also erst weil das funktioniert auch nicht aber das sollte funktionieren ja da kann ich mache ich sekunden gut sekunden als ob es von mir um sekunden geht ich bin noch nicht auf dem niveau dass ich da irgendwie sage ja jetzt geht es um jede sekunde hier kann ich nicht schneller glaube ich naja ich könnte naja das geht glaube ich nicht gleich in der plattform ich hinkriege in der plattform erstmal rein rein ich wollte gerade sagen ich muss hier vorsichtig sein ich muss hier vor allem diese scheiße bauen so macht man das nämlich ja den savepunkt nehme ich auch noch mit naja richtig ich habe es vergessen ich sollte die dinge nehmen wir schneller gut kommt gut kommt kommt gas das ging mir einfach haben vorbei und dann sterben hier was mache ich denn Irgendjemand schreibt mir jetzt auf Skype Irgendwas Ich habe mir irgendwelche Bilder geschickt Ich habe jetzt keine Zeitbilder Ich muss hier Speedrun Das ist professionelles Gaming Junge, jetzt bin ich komplett raus Ich sollte aufhören, Dinge zu lesen Ich verstehe nicht, wie die Speedrunner das machen Junge, das hier ist ein einfacher Raum Warum brauche ich da so lange für? So, geht doch Dann gehen wir einfach hoch hier Und einfach weiter Das können wir ignorieren Dann geht es hoch und dann haben wir dich schon Jetzt nicht zu oft drücken, sonst stört ich Das hört nämlich auch auf Wenn man einfach weiter drückt, so wie ich das halt gerne mache Dann ist man halt ganz schön gefickt Level Complete Was war das denn? Ich glaube beim letzten Mal habe ich es irgendwie Also auf meinem Laptop 27 Minuten oder so geschafft Gut, wird hier nicht der Fall sein Weil ich ja erst noch Oh Gott Ich hasse dieses Scheiße Auch wenn ich den einen Raum Jetzt endlich mal verstanden habe Hat ja auch nicht lang gedauert Den Safegear soll ich auch nicht mitnehmen Der kostet Zeit Nein Was natürlich Scheiße macht So wie ich Dann muss das noch mehr Zeit Geht auch Ach, die aktiviert auch den Ach Merke ich jetzt erst Dann müssen wir hier natürlich gleich mitbringen Mitnehmen Sonst wird das Nix Ach, ich muss den ja dann nochmal da Gut, wir möchten ja also definitiv nicht Scheiße bauen Das setzt sonst Sagt der und baute Scheiße Kannst dir auch nicht ausdenken Nicht Scheiße Aber jetzt ist die Musik immer noch gut Und jetzt da vorsichtig runterlosen Voller Okay Ja Das ist einfach nur du selbst Das funktioniert bei Frauen nicht Ich habe den Raum verstanden Aber schaffen tue ich ihn trotzdem nicht Aha Gut, hier kann ich dann recht problemlos Also im Prinzip wird sich da oben ein bisschen direkt durchlaufen lassen Man kann es natürlich auch schon scheiße möglich machen Das geht natürlich auch Wow Ich mache ein Speedrun In die Stacheln hinein Was mache ich denn Wow Alter Dieser Raum Killt mich jedes Mal Wie kann So ein Raum Okay Gut Jetzt muss ich noch zurückkommen Soll jetzt nicht so schwer sein Jetzt muss ich noch drüber Gut Easy Ich kann es doch Als ob Ah, bleib ich hasse diesen Raum Gibt es keine Alternativ-Wirklichkeit, oder? Ich glaube nicht, nein Wow, habe ich dir das schnell geschafft? Gut Gut, hier muss ich natürlich so schnell wie möglich dazu Immer schön an den Deckel lang laufen Damit der Nein Damit er halt So Teleporter Nicht springen Andere Taste drücken Wir können nicht in den Teleporter Springen Wir müssen Gut Hätten wir das auch erledigt Ähm Weiß noch nicht, ob das die schnellste Möglichkeit ist Jetzt muss ich raus aus dem Schiff Und hier nach oben Über dem Schiff Ne Das ist auch einheitlich Mich nicht alles täuscht Ich glaube, ich bin zu weit Ich bin definitiv zu weit geflogen Ähm Mäh Da ist das Schiff Da ist ein Teleporter Da ist Da ist schon mal falsch Glaube ich Gibt es hier oben nicht Auch einen? Nein Mäh Leckt mich doch Jetzt habe ich gar keinen Da in der Tode zählt Wir müssen jetzt mal gucken Wo ich hier War hier oben nicht Irgendwann bin ich nicht weit genug Nach oben gegangen Das könnte auch sein Gehen wir mal noch etwas weiter Nach oben Und gucken mal Ne Da komme ich In die Stahl Muss ich da rein? Weiß nicht mehr Wie ich mir diese Map nicht merken kann Ah Das sieht doch gut aus So Dann nach links Komme ich da gar nicht ran Das ist alles ganz woanders Glaube ich Ich weiß nicht mal Ob die Route irgendwie gut ist Die hier macht Wahrscheinlich total beschissen Ich muss also nach rechts Ich könnte auch nach rechts Und dann drunter Wobei Wahrscheinlich macht es gar nicht mehr Rechts Rauf Oh ja Das macht wahrscheinlich Na vielleicht Irgendwann ein bisschen Noch an Ich würde gerne mal in die Top 100 Wings jetzt kommen Dann müsste ich unter Das waren es 24 Minuten Nein Ich Soll vielleicht richtig Ja so wird das nichts Aber gut Ich trainiere gerade Ah der Tower Ich mag den Tower Irgendwie Ich glaube ich auch Ein B-B-B-Rank Muss ich mal wieder erwähnen Ein B-B-B-B-Rank Es gibt nur ein B-Rank Ich habe einen Rang Den es gar nicht gibt Weil ich so schnell war Das Spiel hat einen Bonus-Rank Ausgeschissen So Story-Nable Kann man nicht viel Zeit Gut machen Man kann aber Zum Beispiel nicht sterben Das ist schon mal Sag der Und start Nein 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 Gut 100% Dann mache ich nicht Ich werde gerade wissen Wie das ist Wie Es gibt da Leute Die schaffen das Irgendwie in 18 Minuten Mit allen Trink jetzt Wurde mir auch die Wie Wie frage ich mich Wie 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 frage ich mich Okay Ich habe mir auch Einen schlechten Wort Witzen Ja Da ist So Aber ich mag auch Die Musik im Tower Die ist halt auch Echt gut Das Spiel hat Allgemein Recht gut Die Musik Das ist echt schön. Oh, schnell. Gut, aber No Death ist hier doch recht machbar. Ich habe sie schon ein paar Mal geschafft. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt funktioniert. Aber so wenig Tode wären schon geil. Wenn man eine gute Zeit schaffen will. Hallo. Komm dich ab. Ja, nichts tun. Gut. Damit hätten wir noch einen. Ah ja, One Remains. Sind leider noch nicht durch. Oh oh. Ich will schon wieder bei noch Lacht. Ich fall nach unten. Oh Gott. Das Ding wird mich zeitlich killen. Nicht nur zeitlich. Ich kapiert zeitlich killen, weil ich habe hier ein Zeitlimit. Wieso hat der Gravitron im Labor nicht diese Zeit? Und wie zur Hölle schafft man hier sieben Minuten? Also in dem... Also in dem...